Ja, und wir wollen natürlich gratulieren, Börscher. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Thorsten. Lass uns mal auf dieses Rennen schauen. Michael hat ja auch gerade gratuliert. War das ganz klar die Order oder hattest du freie Hand? Ja, Trainer sagen immer was mit Pferden, aber bei mir sagen immer viele freie Hand. Und dann hast du dir gedacht, Mensch, Araki geht heute richtig gut, lass mal vorne mal knattern. Ja, ich nicht ganz vorne, ich zweite Stelle, wir sind hier gerade, ich habe wieder diese große Galopadik an. Nicht so gut, Speed und ein bisschen früher haben wir da. Sehr schön, danke, Börscher. Ich gratuliere nochmal, er ist auch ein bisschen außer Atem. Der amtierende Champion im Rennsattel der deutschen Jockey-Gilde. Und wir gratulieren, ein Heimsieg hier also für den Steinapfelkorn. Und dann geht es gleich zum Absatteln und dann haben wir natürlich auch nochmal die Rennanalyse. Und eins kann man sagen, Börscher, ein Stettenapfel, das steht fest.